Okay, Versuch Nummer 5. Ich weiß, 5 oder 6. Was haben wir denn hier Schönes? Moms Eyeshadow. Charm Tears. Aha. Ich hab gerade lila geweint. Ey, okay. Toller Raum. Wie geil. Ich lass mich auch so leicht treffen. Ey, willst du mich ja nicht verarschen? Wenn mir dann gibt's ein Herz. Thorsten-Freunde hier. Können eine Pille kaufen. Was macht die? Äh. Health Down. Geil. Geil. Genau das hab ich gebraucht. Genau das hab ich gebraucht. Lägt mir am Arsch, ey. Was seid ihr? Geht doch mal weg. Geht doch mal weg. Der liebt mich. Ich kann nicht mehr nach unten gehen. Ich kann nicht mehr nach unten gehen. Doch, jetzt wieder. Nächster Versuch. Versuch. Sieben. Sechs, sieben. Was ist das? The Bean. Tut on command. Ha. Ich kann furzen. Geil. Nicht gut. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Wie weit die auch fliegen von denen, die Dinger, ey. Total unfair. Fuck. Und da war der scheiß Krug im Weg. Wo ist der? Wo ist der Drecksau? Jetzt muss ich die ganze Zeit herlaufen, oder was? Leck mich am Arsch. Ach Manu, ich will dich treffen, nicht du mich. Wo hast du da was falsch verstanden? Na endlich. Alter. Mal ne Bombe. Ja komm, legen wir da mal ne Bombe hin. Kommen nur Felsbrocken raus. Geil. Ah. Spinne. Guck mal, die hat Angst vor mir, glaube ich. Pff. Ha 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 ha. Angefurzt. Goldene Kacke. Die kann ich aber gar nicht beschießen, weil da ja so ein Ding ist. Was ist denn da hinter hinter so einem Raum? Ich geh da nicht rein. Ne, 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 ne. Ich möchte gerne mit zwei Herzen zum Boss. Ich möchte auch mal hier einen Boss schaffen. Aber wir haben ja schon einen Boss geschafft. So ist er nicht. Yo. Duke of Flies. Oh ne, den hatte ich. Au. Ich lauf direkt rein, natürlich. Der ist scheiße, weil der immer, immer Fliegen rülpst. Da kommen immer neue, immer mehr Fliegen. Das ist total scheiße. Man macht ihm so wenig Schaden, weil halt immer wieder die Fliegen kommen. Und dann haut man mehr die Fliegen als ihn. Ne, genau. Wir haben ihm schon einiges abgezogen. So ist nicht. Knapp die Hälfte. Hör auf, die Fliegen zu rülpsen, ey. Ich kann doch nur einmal furzen hier. Das ist auch scheiße. Ich würde gern häufiger furzen. Meine Freundin sieht das bestimmt anders. Aber ich würde gern häufiger furzen. Äh, wohin soll ich mich wenden? Oh Gott. Zu viele fliegen. Nein, 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 nein. Halbes Herz noch. Nein, 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 nein. Komm, stirb. Ja. Oh Gott, ich muss die Flieger noch töten. Oh Gott. Dafür gibt es eine Hammelkeule. Miet, Damage und HP ab. Das ist doch mal nice. Dann gehen wir mal weiter. Haben wir eine Stage mal wieder geschafft. Ich bin am Klo. Oh, kein Klopapier. Oh, wie böse er guckt. Wann guckt er denn so böse? Heul nicht. Ich töte dich gleich. E, was bist du denn? Für ein Fleischklops. Komm mal, komm mal nach oben hier. Komm mal nach oben. Komm doch mal nach oben. Was ist der hier? Der schießt ja auch. Schießen ja alle hier. So, ein Herz. Danke. Wir hinterlassen eine Spur, die bestimmt nicht gesund für mich ist. Noch ein Herz. Yay, der ist immer wieder full. Kacke. Voll die Happy-Kacke. Schassos. Kannst du nicht mal aufhören, hinter dem Ding zu verstecken, du Kack-Kacke? Ich muss aber, ich muss öfter furzen, glaube ich. Weil das kann ich auch. Hier. So, so ein toller Raum. Und dann kann man hier Feuer ausheulen. Ansonsten erschließt sich der Sinn dieses Raums für mich. Gar nicht. Gar nicht. Kacke und Würmer. Kack-Würmer. Ah, aua. Nein, 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 nein. Ich fühle mich gerade so gut mit meinem Damage ab. Ja, wir haben einen Schlüssel. Und da ist ein Gold. Eine Goldtür. Was ist das denn? Mom's Bottle of Pills. Reusable Pill-Generator. Okay, hier habe ich eine Pille bekommen. I can see forever. Aha. Ich kann mir jetzt immer wieder... ...Pillen machen. What? One up. Ah, ein extra Life. Geil. Noch in Geheimraum. Was ist das? Meet Strangers Without Prejudice. What? Gut, dann, äh... Monstro, is it. Aber mit unserem Damage ab... Ach, den hatten wir doch schon. Den haben wir doch schon mal besiegt. Jetzt mit Damage ab und vollem HP und einem extra Leben. Ich glaube, den machen wir so weit von platt jetzt hier. Ich glaube, ganz fest rein. Ja, rülpst du nur. Ich wollte gerade sagen, ich kann furzen, aber das kann ich gar nicht mehr. Ich kann leider nicht mehr furzen. Das wird wiederum meine Freundin freuen, dass ich nicht mehr furzen kann. Mich jetzt eher nicht so. Yes! Down it goes! Herzlich, die ich brauchen kann. Eight Ball. Shot speed up. Nice. Was ist das? The Magician. May you never miss your goal. Aha. Oh, ein Geschenk! Oh, kacke. Haha. Fledermäuse. Die haben mich letztes Mal getötet. Die Schweine. Wow! Stürp, 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 stürp. Danke. Ah! Stürp, 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 stürp. Stürp, 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 stürp. Danke. Gab es hier irgendwas dafür, dass ich euch getötet habe? Nö. Toll. Lohnt sich ja total. Ja, ja, heul doch. Aua. Das war eine Spinne. Ah! Coin. Ih, die bleibt... Ah! Der ist... Ah! Die haben den Mund offen. Mach den Mund zu. Zieht. Boah, wie die mich verfolgen, Alter. Altair. Habe ich eine Bombe? Nee. Ah, die schießen ja. Au. Gibt schon wieder nichts. Was sind das für Räume, ey? Wo es einfach keine Belohnung... Für meinen... Für meinen... F... Multiplier, okay? Kann ich jetzt hier... Äh... Nee, hat nichts gebracht. Gibt es eine Full-Health-Pille oder so? Was? Nein, nicht zum Boss! Was? Ah! Ja, danke, dass du mich zum Boss geportet hast. Du Scheißding. Mit einem halben Leben, ey. Wenn ich das schaffe, ja. Ah! Ich schätze, ich darf nicht einmal getroffen werden. Fuck, fuck, fuck. Oh, da wäre es fast so weit gewesen. Und es blut nur fast. Den Weg freiräumen von der Kacke hier. Damit ich hier frei laufen kann. Äh, nein! Oh Gott. Spinne, tu doch mal irgendwas! Nicht nur süß aussehen. Du musst doch mal mir helfen. Oh, die macht gar nichts. Oh mein Gott, ich kann das wirklich schaffen. Mit einem halben fucking Herz! Mit einem halben fucking Herz! Was ist das? Breakfast, HP ab. Ach, das ist gut. Oh, und hier liegen auch noch Herzen. Oh. 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 Könnt ihr mal sterben, bitte? Könnt ihr sterben, bitte? Nein, 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 nein. Spinne, du bist scheiße. Du machst überhaupt nichts. Aber ich habe ja ein One-Up. Und mit vollem Leben bin ich wieder da. Habe ich auch meine Stats eigentlich noch? Ja, ich glaube schon, ne? Die Items und so. Die habe ich alle noch. Spinne, sei doch mal so cool wie die Spinnen und tu an. Ach, der, die legt andere Spinnen und die Spinnen helfen mir. Hä, verstehe. Macht zwar keinen Sinn, aber ist okay. Wie bist du denn? coole Maske oder was du da aufhast? Stirbt der auch oder nicht so? Äh! Stirbt der auch? Gehen die Spinnen auch mal auf den drauf? Ja. Das halbe Herz konnte ich gut gebrauchen. Gut, dass wir das One-Up hatten, ey. Alter, scheitern. Wo soll ich denn hin? Ah, wo soll ich denn hin? Alter. Wohin soll ich denn gehen? Alter, willst du mich verarschen? Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin, ey? Ist doch zum Kotzen. Ist doch einfach zum Kotzen. Boah. Okay. Nicht so. Oh, ich habe eine Bombe gelegt. Warum? Wo bist du denn? Little Horn, Fear'em. Okay. Weißt du hier jetzt irgendwie Angst oder was? Oh, da ist was. Das will ich haben. Sieht aus wie ein Schokoladen-Handy. Mach der die tot? Sehr geil. Aber der greift die auf jeden Fall an. Das finde ich gut. Warum ist da ein Pfeil nach oben? Verstehe ich nicht. Ih, so viele Fliegen und so viele Steine. Au. Los, kleiner Geist. Mach sie kaputt. Danke. Ein Schlüssel. Ich mache aber nicht diese eine Tür auf. Da ist bestimmt wieder so ein Handelsding dazwischen. Bäh. Bäh. Oh, da bleibt so ein Tor so übrig. Aaaaaah. Aaaaaah. The Butterbean has appeared in the basement. What? Was heißt das? Was heißt das? Was ist denn Butterbean? Welche Butterbohne? Bäh. Ich gehe jetzt todesmutig zum Boss. Wer wird es sein? Was? Gurglings? Die sehen ja geil aus. Ah, die sehen voll hübsch aus. Also eines gefiert. Das ist sehr schön. Oh, die machen auch noch Fliegen. Die Schweine. Ich bin hier oben ziemlich eingekerkert. Gut. Gut, der vierte ist eine da konstant scheinbar. Ah, doch nicht konstant. Jetzt nämlich nicht mehr. Fuck. Oh, eine ist weg. Oh, das finde ich gut. Macht der auch noch Schaden dabei? Ah, ist das auch gut. Was ist das? Ultimate Grand Supreme. Ultimate Grand Supreme. Okay. Gut. Next Stage. Hör mal auf zu heulen. Hi, Riesenfliegen. Ah, der Typ ist echt geil. Keine Ahnung. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Aber der ist voll cool. So, hier schließen wir auf. Wart haben wir hier? Tiny Planet. Orbiting Tears and Range up. Äh. Oh Gott, wie soll ich denn damit irgendjemand... Ach, so treffe ich vielleicht alle, die um mich rum sind, ne? Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ey, das ist cool irgendwie. Ich halte einfach die ganze Zeit die Schießentaste gedrückt. Irgendwer wird schon treffen. Das ist cool. Hallo. Aua. Er ist nur noch einen Schritt runtergekommen und hat mich auch noch getroffen. Die Sau. Au. Fuck. Hör mal da. 48 Stunden Energie. Wart. Ich glaube, das hätte jetzt irgendwie die Energie von diesem Ding da oben aufgeladen. Was ich mit der Spacebar nutzen kann. Aber so eins habe ich ja gar nicht. Deswegen war das voll sinnfrei, dass ich das jetzt bekommen habe. Ah, da laufe ich auch noch rein. Dann laufe ich auch noch rein. Ich bin doch... Ich bin zu alt für dieses Spiel, glaube ich. Da braucht man viel mehr Reaktionsschnelligkeit. Nee, dann müssen wir so zum Boss. Hilft ja nix. Hilft ja alles nix, ne? Mit einem Herz. Dingle. Ah, der Scheißhaufen schon wieder. Der Scheiß-Scheißhaufen. Ich bin fast schon wieder reingelaufen. Alter. Da habe ich mich so gefreut, dass ich diese Orbiting Tears hatte. Ich bin fast schon wieder reingelaufen.